Jetzt sind sie denn wirklich wieder da? Sind sie denn wirklich wieder da? Die dicken fetten Brocken an der alten Festung? Ich stehe ja hier schon seit Tagen immer mal wieder auf die Amure. Sind sie jetzt wirklich an dem Spot? Wäre ja mal nicht so schlecht, wären die tatsächlich wieder da. Ja, denn so langsam wirdet mal wieder Zeit hier. Mir fehlen ja immer noch die Trophy Amure an der alten Festung. Und dementsprechend muss ich es auch immer wieder versuchen. Ich hatte es zuletzt mit den Matchrouten probiert an verschiedensten Stellen. An der alten Festung, hier unten zum Beispiel, hat es ganz gut funktioniert zuletzt. Hier in diesem Bereich teste ich auch immer mal wieder. Also das sind so hier für mich die wichtigsten Stellen. Und auch hier oben fürs Karpfenangeln. Und was ich natürlich auch noch gemacht habe, ich habe jetzt hier zwei Routen einmal mit Snowman Rig ausgerüstet. Und jetzt gerade eben erst gewechselt eine Route auf Pop-Up Rig. Snowman Rig einfach nur, weil mir da wieder mal eine Qualifikation fehlt. Und die würde ich doch gerne absolvieren und erledigen. Und wenn das hier dann klappt, wäre das doch mega gut. Zack, irgendwas Kleines. Na ist es denn. Die nächste Karausche hier. Und raus damit. Auf 17 Meter geklippt stehe ich hier. 17 Meter. Und das Ganze sehr fruchtig. Am letzten Tag war komplett Regenwetter. Das heißt in den letzten Abendstunden, die habe ich gerade noch mitgemacht. Und da ist ein bisschen was reingegangen. In der Nacht war jetzt eher tendenziell ein bisschen Flaute. Und da habe ich mir gedacht, alles klar. Nächsten, jetzt hier an diesem Tag. Am nächsten Tag soll Sonne sein. Es soll warm werden. Also nochmal stehen bleiben. Und ich hoffe, dass es jetzt richtig lübt. Die ersten, ja, die erste Zeit war okay. Es hätte ein bisschen mehr sein können von der Frequenz. Aber von den Größen her durchaus akzeptabel. Bis hin zu 16 Kilo weißer Amour. Das passt doch schon ganz gut. Jetzt ist halt die Frage, wie reagieren die Fische? Einmal mit komplett fertig angefüttertem Spot. Das ist ja jetzt quasi schon ready. Ich habe ausreichend Futter mische schon am Platz. Und zum anderen ist es natürlich jetzt entscheidend Wettereinfluss. Gerade war noch ein bisschen Regenzeit. Tendenziell besseres Wetter für den schwarzen Amour. Jetzt kommt die Sonne raus. Jetzt bin ich übelst gespannt, inwieweit die Amoure sich darauf dann einlassen. Und wie die dann reagieren. Das heißt, auch hier werde ich jetzt nochmal eine ganze Zeit lang stehen bleiben und weiter testen. Vom Setup, ja, wie immer, ganz klassisches Karpfen-Set. Sobald wie möglich gönnt man sich halt eine Fortuna Karp und im Idealfall eine Tagara. Eine der wichtigsten Universalrollen, ob man jetzt Spinning machen will, ob man Grundangeln machen will oder, oder, oder. Immer wieder gut geeignet. Gerade eben auch als Zehntausender ist das schon ein Sahnestück. Dann natürlich dementsprechend das Set zusammengebaut. Ich bin hier auf Camo Braun unterwegs. Also die beiden Komponenten sind ja farblich wichtig. Schnur ist nicht wichtig. Vorfach ist nicht wichtig. Aber diese beiden sind farblich relevant. Zweierhaken. Und, ähm, ja, da gar nicht mal so klein gewählt. Einserhaken könnte man durchaus auch machen. Auch damit werden natürlich dicke Brocken gefangen. Ich versuche hier jetzt eher auf die ganz Dicken zu gehen. Und ich hoffe, dass das dann damit funktioniert. Ich bin gespannt. Dann jetzt hier in diesem Setup, ja, mit dem, äh, Pop-Up-Rig. Dementsprechend hier Boilies mit Kunstmais. Und da es keine Himbeere als Kunstmais gibt, habe ich dann hier die Beerenmische genommen. Hatte ich vor ein paar Tagen auch schon mal getestet. Ähm, hat ganz gut funktioniert. Kann man auch Solo mal probieren. Was auch gut funktioniert, ist sowas wie Preiselbeere. Also verschiedene Beeren kann man ruhig testen. Ähm, und dann hier kombinieren. Hier jetzt natürlich auch nochmal, opala, ein PVA. Äh, das hatte ich noch rumliegen. Himbeer-Pop-Up gemahlen. Und, ähm, mit Biskuit irgendwie noch gemacht. Und Himbeere mit reingemacht. Und die ganzen Pellets, also es ist komplett jetzt gerade hier auf Himbeer getrimmt. Und wenn ihr sagt, okay, ich versuch's mal mit der Erdbeere, dann einfach die ganzen Komponenten mit einer Erdbeere austauschen. Erdbeer-Boilies schreddern, das mit rein. Also diese ganzen Komponenten einfach immer je nach Köder ins PVA reinpacken. PVA-Video, wie man das zusammen mischt und sowas, gibt's auch auf dem Kanal. Einfach mal reingucken, wenn euch das interessiert. Ähm, die zwei anderen Routen hier, die sind ähnlich zusammengebaut. Bloß eben mit dem Snowman-Rig. Snowman-Rig ist halt die Kombination von einem Grund-Boily mit einem Pop-Up-Boily. Hier habe ich jetzt einen kleineren Grund-Boily, einen größeren Pop-Up-Boily. Auch das Ganze hier eben auf Himbeer. Himbeer-Marmelade, Himbeer-Pop-Up-Hungbeer-Creme und das gleiche PVA-Einser-Haken hier drauf. Und was haben wir hier? Auch einen 1-0er-Haken, genau. Ja, und ansonsten eigentlich ähnlich wie das andere Set, ne? Ja, ja, und jetzt heißt es Attacke Vollgas. Ich teste vielleicht gleich auch nochmal verschiedene Weiten. Wie gesagt, jetzt bin ich gerade da hinten in, ja, da so wo das Auge ist, in diesem Bereich 17 Meter weit. Man kann aber auch durchaus mal hier vorne in diesem Bereich rumprobieren. Also da ist es auch durchaus möglich, sogar hier vorne in diesem Bereich. Wobei ganz so nah würde ich es vielleicht auch nicht machen. So dieser Mittelbereich, 12 Meter ungefähr und dann einfach da ganz hinten, das ist quasi die Gewässerkante in diesem Bereich. Da sind ungefähr die 17 Meter. Immer mal wieder irgendwelche Zupler hier dran. Und ich würde sagen, ich warte jetzt erstmal noch ein bisschen ab, bis es ein bisschen wärmer wird. Ich hoffe, da geht noch was. Und dann sehen wir mal zu, dass wir hier noch ein paar dicke Brocken rausziehen. So, ich teste hier gerade dann doch nochmal eben den Untergrund ab, ob ich das richtig in Erinnerung hatte. Aber es ist tatsächlich so, komplett hier in der Area, auch wenn das hier so mega grün und grasig aussieht, wir haben hier Clay als Untergrund. Lehmiger Untergrund. Dafür ist natürlich hier so eine Markerroute richtig interessant und richtig spannend, um einfach auch mal den Untergrund zu testen, damit man dann dementsprechend auch die passenden Bleie und Ledcores verwendet. Denn, ja, wie gesagt, da wollen wir nicht die Verkehrten haben, die beeinflussen eben auch die Fische. Wenn das in der Verkehrten Farbe angebracht ist, dann kann das negativen Einfluss haben. Ja, hier vorne zuppelt es langsam wieder los. Kann natürlich jetzt wieder ein bisschen dauern. Die Amure zuppeln gerne mal ewig lange, bis sie sich entschieden haben. Aber dann, zzzz, Rakete. Zack, hehehe, da ist er. Bremse ist allerdings schon hoch genug eingestellt. Der hat gar keine Chance, richtig abzuhauen. Es sei denn, der Trophy-Kandidat ballert rein. Der könnte noch abziehen. Dann darf er auch gerne abziehen. Schöne Amur, knappe 8 Kilo. Das ist so genau das Gewicht, was man gerne auch in hoher Frequenz rauszieht. Das ist kohlemäßig auch schon ganz interessant. Die kann man doch so ganz gut mitnehmen. Es hat sich übrigens noch nichts hier auf Pop-Up ergeben. Ich bin gerade ganz überrascht. Vielleicht ändern wir das nochmal ein bisschen. Gibt es vielleicht doch eine Möglichkeit? Ich gehe nochmal zurück auf Snowman. Gibt es eine andere? Vielleicht gibt es hier was mit Pellet. Haben wir Pellets im Himbeer-Bereich? Oder im Bären-Bereich? Ne, ist es denn wahr? Oder habe ich die noch nicht? Oder ich nehme den einfachen. Wie sieht es denn aus mit Snowman? Mais, so. Pop-Up-Mais. Na gut, da gibt es ja nur die Beeren-Mische. Und sinkender Boily. Das heißt, das Set wäre jetzt ein bisschen kleiner. Also die Futtermenge oder die Ködermenge wäre ein bisschen kleiner. Mit Himbeere. Jetzt haben wir hier auch noch die von Pomor. Die gibt es nur auf dem Weihnachtsmarkt. Himbeer-Marmelade 15. Die verwende ich gerade schon. Himbeer 20. Ich nehme mal diesen Pomor vom Weihnachtsmarkt. Heck! Das wäre natürlich jetzt auch nicht schlecht, ne? So, und dann wieder, Alt-Moment. Hatte ich ja was geändert? Ne, auch wieder auf 17 Meter. Und raus damit. Zack. Joa, dann gucken wir mal. Da ist voll. Dann legen wir nach da. Perfekt. Aber es zuppelt direkt wieder los hier. Sehr schön. Ja, so soll das sein. Einfach kontinuierlich Bisse. Es kann noch gerne ein bisschen mehr passieren. Bei der Bissrate. Das ist bisher, ich sag mal, verhalten bis okay. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da auch noch andere Köderkombinationen gibt. Wie gesagt, einfach da mal ein bisschen rumprobieren. Zack. Einfach mit den verschiedenen Fruchtaromen rumprobieren. In den verschiedenen Wettersituationen natürlich auch nochmal rumprobieren. Ob man da nicht vielleicht auch mal ein bisschen was Würzigeres nimmt. Vielleicht gehen ja auch eher mal so grünliche Aromen. Und dann ist man damit ganz erfolgreich. Und dann, wenn die Sonne rauskommt, geht vielleicht dann doch wieder auf einmal das Fruchtige und das Süßliche. Also diese Spielerei, die muss halt immer wieder gemacht werden. So, wie gesagt, jetzt warten wir nochmal so ein bisschen. Die Mittagszeit. Ja, könnte gleich vielleicht noch ein bisschen Flaute geben. Und dann gucken wir mal, ob da nicht doch noch ein bisschen was Dickeres reingeht. Bisher ist es okay. Kohlemäßig ist es auf jeden Fall schon ganz okay. Wenn man hier mit einem kleineren Setup steht, hat man auch mit den 7, 8 Kilo Armuren schon ordentlich zu kämpfen. Immer darauf achten, natürlich, gerade wenn man hier im Anfängerbereich unterwegs ist, dass man ausreichend Schnur auch dabei hat, dass man hier nicht leer gespult wird. Denn die Amure, gerade wenn da mal einer reingeht, so mit 16 Kilo, der kann einen schon mal quer um den halben See hier ziehen. Tja, und wenn sowas passiert, ne, dann ist das das Zeichen für Spot überfüttert. Verdauere ich. Hab ich irgendwo zu viel PVA reingeschmissen? Ich glaub, ich hab den Spot überfüttert. Ich wundere mich schon die ganze Zeit, warum hier nichts mehr geht. Und jetzt gehen hier auf einmal solche Kandidaten rein. Das heißt, ich hab hier knallhart den Spot überfüttert, Alter. Das passiert, wenn man mal schön nebenbei noch so einen rauszieht und so weiter. Alter, verdorrig. Ja, Katastrophe. Katastrophe. Ich hab mich schon gerade gewundert, Alter. Da wurde es schon kleiner, dann kommt hier eine Karausche, da kommt jetzt hier sowas rein. Schlimm. Besser nicht sowas. Das heißt, immer schön drauf achten, 10 Futterbällchen. Erstmal nur anfüttern, Pause machen, vielleicht nochmal 5 nachwerfen. So nach, keine Ahnung, einer halben Stunde ungefähr, bisschen Zeit lassen und so weiter. Nicht zu viel des Guten und auch nicht zu viele verschiedene Futter mischen, denn damit überfüttert man den Spot auch. Ja, Resümee bis jetzt. Eigentlich nicht schlecht. Ich muss es allerdings nochmal testen. Und ich glaube, ich werde mit kleineren Haken hier rangehen. Vielleicht einfach auch, um da eine etwas größere Frequenz hinzukriegen. Und dann doch die Chance noch zu haben, dass da irgendwie was reinrasselt. Ja, ich mache mich jetzt erstmal auf an ein ganz anderes Gewässer und werde jetzt hier erstmal ein paar Stunden woanders angeln. Petri, ihr Lümmels, bis zum nächsten Mal, wenn das Ganze geholfen hat, einen Daumen da lassen, den Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags um 19 Uhr. Na, das ist ja ein Ding. Da zuppelt das direkt wieder hier weiter. Also, was haben wir denn jetzt hier? Doch nochmal ein kleinerer. Aber ich habe mir gerade gedacht, Alden Spot überfüttert. Das kann doch gar nicht sein. Schmeiß einfach mal die Basic Kartoffel mit rein. Zack, 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 zack. Alle Ruten umgerüstet. Eben auf Kartoffel. Und guck es dir an, Alden. Es lüppt direkt wieder los hier. Gerade schon in 8 Kilo. Ich kann gleich nochmal den Kescher zeigen. Es geht direkt wieder ab. Guck mal hier. Der nächste. Fast 9 Kilo. Zack. Wenn sie die Himbeere nicht mehr wollen, die Lümmels, dann kriegen sie halt die Kartoffel. Und dann lüppt das hier direkt wieder los. Genau, gerade nochmal reingeschmissen an die Kartoffel hier. Zack. Genau, hier waren ja die winzigen Giebel. Und dann Bäm, Amur, Amur, Amur. Jetzt seht ihr, war es ein bisschen kleiner. Jetzt wieder ein dickerer. Und hier zuppelt es auch schon wieder dran. Jawohl. Also. Und da zuppelt es auch weiter. Sensationell. Ich bin komplett zufrieden. Ich bleibe natürlich noch ein bisschen hier. Spot überfüttert, Alter. Gewusst wie. Einfach mal ein bisschen was anderes testen. Wenn der Spot nicht will, dann muss man den Fischen was anderes zeigen. Und dann lüppt der Lachs auch wieder. Petri. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.